so guck mal freunde der himmel wird schon ein bisschen lockerer und es gibt später wieder sonne wie ich euch gesagt hatte unten haben wir einen gast sitzen was ihr seht die amsel jetzt wieder abgehauen ist ansonsten weil euch die wolkenmuster gezeigt haben so 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Im März bleibt das... Ich habe insgesamt 16 Tage Sonnenschein gehabt. Das ist auch selten hier. Ja, guck mal, wie schön hier ist, die Taube. Sehr gut zu beobachten ist die... Das ist ja... 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 Mom, kommst du bitte? Schulkinder kommen zurück. Wollte keine Schule, wer? Na, die kommen zurück. Bestimmt einer kann. Nee, der geht auch nicht. Wir sind krank, schätze ich mal. Weshalb ich gerade, dass die Schüler zurückkommen, Freunde? Und ich schätze mal, dass die Schule geschlossen hat oder so. Ich wünsche euch allen schönen guten Morgen. Wird erst mal wach, trink mal Kaffee. Bis dann, Freunde. Ja. Ja. Ja.